So, dann rollen wir das erste Mal rein hier. Das erste Mal ein E-Bike hier, wie gesagt. Wird wahrscheinlich nicht so spektakulär werden, aber schau mal. Viel zu weit gesprungen. Wenn man denkt, im E-Bike muss man etwas tiefer abspringen, dann ist es nicht so. Dann sprengt man halt zu weit. Bei der ersten Abfahrt lassen wir es mal aus. Wahnsinn, wie das Bike springt. Hätte ich nicht gedacht.